Was geht? Corey hier und willkommen zurück auf meinem Channel. Mir wird immer wieder dieses eine Video angezeigt und zwar heißt es The Dark World of Mega Churches. Und wie ihr wisst, ich bin Christ, bin christlich aufgewachsen, aber musste dann wirklich später erstmal entscheiden, hm, ist das überhaupt die Wahrheit? Stimmt das, woran ich glaube? Und später bin ich erst zu dem Entschluss gekommen, das ist die Wahrheit. Und heutzutage verbreite ich die Wahrheit, weil ich einfach 100% überzeugt bin, dass der Mann, der vor 2000 Jahren gelebt hat, nicht nur ein paar gute Sprüche gesagt hat, sondern die Wahrheit erzählt hat. Aber heute geht es um dieses Video und ich weiß nicht in diesem Video, worum es wirklich geht. Also ich weiß nicht, ob es ein Christ ist, der kritisch auf die Mega Churches schaut oder ob es ein Nicht-Christ ist, der eh kritisch über Kirchen allgemein schaut. Ich bin jemand, ich bin eigentlich ziemlich ehrlich oder ich versuche so ehrlich wie möglich zu sein und auch kritisch zu sein, wenn es um Gemeinden geht, die vielleicht gegen die Bibel handeln. Und bei Mega Churches ist es oft so, dass es sehr wischiwaschi ist, so, hm, ist das jetzt eine Kirche, die viel Geld machen möchte oder es ist einfach eine wirklich gute und starke Glaubensgemeinschaft, die aber groß gewachsen ist. Und wir schauen uns heute dieses Video an und ich kommentiere es einfach. Ich wurde als Katholiker gegründet, aber ich würde nicht wirklich sagen, wie religiösisch heute. Ich habe nie gehört, wie megachurches oder televangelism oder die Gospen-Prosperität. Das war, bis ich über ein infamous Interview gesehen habe. Wie geht es, Herr? Wir wollen Sie einfach fragen, warum Sie nicht wollen einen Kommerischen. Du hast einen Journalisten, der befindet sich ein Mann, Kenneth Copeland. You said that you don't like to fly commercial because you don't want to get into a tube with a bunch of demons. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. Get in a long tube with a bunch of demons. We wrestle not with flesh and blood, but principalities and powers. Copeland is being confronted about his purchase of a Gulfstream jet. And it turns out that that jet is just one of a fleet of jets that he owns, along with a boathouse, a mansion and his very own airport. This is a preacher that is supposedly worth hundreds of millions of dollars with an enormous following. And you're telling me that he is just one of many. This entire thing is a rabbit hole. Pastor, what is now the largest church in America, weekly sermon watched by more than 10 million viewers on television. The apostles were businessmen. They were rich men, had plenty of money. I'm going to show you that Jesus was a wealthy man, had plenty of money. One of my chandeliers cost more than most people's house. I got 22 chandeliers in the house. They're extremely greedy. They don't need mansions. They don't need jets. God told me to have that man. Any religious leader who speaks the word of God, who has more than one suit while someone has no clothes, is a cop-out. Yeah, you know what, Larry? I just don't see it that way. For 54 million dollars, I want you to imagine how many people could be fed. Oh, ha, 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 ha. How many homeless could have places to sleep. Ha, 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 ha. The fresh weapon of all. Fresh, 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 fresh. Are you hearing me? Televangelism is still thriving in this culture. If you are willing to pay the price, you could talk directly to God. Also bis jetzt, es ist nur das Intro, darum wollte ich nicht über jeden Punkt schon was sagen. Aber bis jetzt hat er auch wirklich nur Leute gezeigt, die ich auch persönlich nicht empfehlen würde. Die genau das halt predigen, was er wahrscheinlich heute uns zeigen wird. So, ha, gebt mir Geld und dann werdet ihr geheiligt und dann wird es euch gut gehen. Haben aber Private Jets, riesengroße Häuser, da gehe ich auf jeden Fall später noch drauf ein. Es geht natürlich nicht darum, einfach nur Geld zu haben. Also wir in Deutschland sind alle reich im Vergleich zu der ganzen Welt. Wir haben Sachen, die wir nicht unbedingt brauchen. Also hier, ich habe zwei Lichter. So die, warum habe ich die? Weißt du, einfach nur, weil es schön aussieht. Ja, wir haben alle ein bisschen viel, viel mehr als wir brauchen. Aber ich meine, es kommt natürlich irgendwann zu dem Punkt so, das hat überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun. Und das ist einfach nur ein Schöpfchen. Wir sind alle, sie sind zusammengezogen. Sie sind in der Glaube und der Glaube. Was wir witnessingen ist ein Schöpfchen, ein Schöpfchen. Wie definiert wird, ein Schöpfchen ist ein Schöpfchen. Das ist ein Schöpfchen, ein Schöpfchen, ein Schöpfchen, ein Schöpfchen, ein Schöpfchen, ein Schöpfchen. Aber wenn wir denken, wie es für eine Schöpfchen, oder so ist, There is normally a distinction between spiritual duty and materialistic desires. Now, I'm not a theologian and I'm not going to pretend to be one, but even I remember verses from the Bible when it came to wealth and building riches, that it wasn't viewed favorably upon. But if my memory is correct, then what was I witnessing in this interview with Copeland? And moreover, some of these preachers. So you've got this preacher, Kenneth Copeland, who founded the Kenneth Copeland Ministries along with his wife, Gloria. They own a $7 million home, a fleet of jets, and their Eagle Mountain International Church has a membership in the thousands, not to mention their television and online broadcasting. Then there's Jesse Duplantis, who sat with Copeland as they both justified their purchases of private jets. Then the second one I purchased was in January 2004. Benny Hinn, who claims to be able to perform miracles, who fills up stadiums and broadcasts it on networks worldwide. I'll release it. Joel Osteen, a very popular figure, especially in Houston, Texas, where his church resides, who's authored books that have been on New York Times bestsellers, as well as hosting church services with celebrities like Kanye West. Creflo Dollar, who has created fundraisers for his private jets, whose ministry owns two Rolls Royces, and expensive real estate to boot. God is the gateway to the world of wealth. There's this Instagram page, which is called Preachers and Sneakers, and it's literally just preachers next to the cost of the clothing that they are wearing. Something, something just isn't right. I keep asking myself, how, right? How is it possible to be this braggadocious about your wealth as a preacher and have your followers, who not only are okay with it, but help to fund it? And that was when I found out about the prosperity gospel. Ja, also, dann bin ich, glaube ich, wahrscheinlich 100% auf seiner Seite. Also, auch wenn er kein Christ ist, sagt er ja auch, der ist mega offen, finde ich gut. Also, ich finde nicht gut, dass er kein Christ ist. Ich will natürlich, dass er die Wahrheit erkennt. Aber ich finde gut, dass er offen ist und, ja, nicht voreingenommen ist oder irgendwie sowas. Und er pickt genau die richtigen Menschen raus, die richtigen Prediger, wo ich ganz klar sagen will, ihr Lehrer, also da gibt es noch viel mehr. Aber ich will keine, ich möchte niemanden in diesen Topf werfen. Das überlasse ich ihnen. Ich sage nur, dass alle, die er bis jetzt in den Topf geworfen hat, würde ich auch nicht persönlich empfehlen. What we're looking at is a movement that is seemingly found its way inside of America's biggest megachurches and being taught by its biggest preachers. The Word of Faith movement is its name and its teachings are often referred to as the Prosperity Gospel. It's a simple idea. God wants you to be prosperous through your finances, your health, your marriage and relationships. In fact, those are things that belong to you through your faith, if you are willing to receive it. The Prosperity Gospel often refers to its believers as little gods. The idea being that we were made in the image of God and therefore possesses a level of divinity within us that allows us to bring into existence the Prosperity that we've been promised. You are gods, little g. You are gods because you came from God. And your DNA and Jesus' DNA are exact. You're exactly like it. Ja, also da sehen wir, es ist die Prosperity Gospel. Ich habe auch schon mal ein Video darüber gemacht und das kritisiert, dass viele von diesen Predigern, die predigen, dass es dir gut gehen muss, wenn du mit Jesus unterwegs bist, was natürlich komplett falsch ist, weil Jesus ging es nicht gut, er wurde gefoltert und ist gestorben. Paulus ging es nicht gut, er kam ins Gefängnis und wurde gefoltert. Und alle Apostel sind getötet worden. Also, das ist kompletter Quatsch. Da werden Bibelferse aus dem Kontext gezogen, wo es halt heißt, dass es uns gut geht. Aber wie Jesus halt auch gekommen ist und wie die Juden nicht erkannt haben, es geht um die geistliche Dimension, die geistliche Welt, das, was alles außerhalb unseres Körpers passiert. Also klar, wir können dafür beten, dass wir geheilt werden. Wir können dafür beten, dass wir genug zu essen und genug Geld haben, um zu leben. Aber darum geht es nicht. Darum geht es gar nicht. Und das ist, worauf sie halt fokussieren. Und dann noch eine große Blasphemie, würde ich mal sagen, aber vielleicht würden sie es anders erklären, dass sie uns alle als Götter sehen. Und das ist natürlich, das steht nirgendwo in der Bibel. Nirgendwo in der Bibel steht, du bist auch ein Gott oder du bist ein Gott klein, klein g, wie er gesagt hat. Also, das ist kompletter Quatsch. Es ist unglaublich. So, wie ich diese Prosperität habe? Wie ich diese Divine Power habe? Well, es beginnt mit der Faith. Aber wenn du in der Faith stehst, wird ein Punkt, wo Gott sagt, genug ist genug, ist Payback Time. Die Bibel sagt, ich weiß, du liebe die Lord. So, du qualifest für Prosperität. Next, du hast die Act of Tithing. Die initiale concept von Tithing war das Idee, dass du 1 10th of deine Wealth in some way, shape, or form to a religious organization hast. Most Houses of Worship are going to rely on the donation of their congregation in order to continue their operations, especially megachurches. It is kind of like giving to a charity. But Tithing, through the teachings of the Prosperity Gospel, introduces a, should we call it a plot twist? Tithing lays the foundation for financial success and abundance. Tithing is the way for recession or depression to bypass you. Here, Stephanie from Maryland writes, I send in my first fruits offering. Two weeks later, I receive, watch this, 2,400 dollars. So now it isn't just... Ich habe auch, also, es geben ist eine große Sache, die wir alle tun sollten. Und unser Beispiel sind die Apostel. Die Apostel sind zusammengekommen und haben alles in einen Topf geworfen, mussten aber nicht, und es gibt auch Beispiele, hey, wo es heißt, hey, du musst nicht. Wenn du nicht willst, musst du nicht. Haben alles in den Topf geworfen, und damit der Reiche nicht reich ist und der Arme nicht arm ist. Damit alle halt miteinander klarkommen. Und genau, es ist keine Pflicht, aber die Bibel lehrt ganz viel über Geld. Und so wie wir, wenn wir auch logisch denken, so wenn wir geben, geht es uns natürlich besser. Aber es geht nicht darum, dass wir eine Person geben oder einen Pastor geben oder einen Prediger geben oder einer Kirche geben, sondern dass wir in unserer Gemeinschaft finanziell mithelfen. Just about donating your money to a church, it becomes a case where you're exchanging your money in return for actual prosperity. You'll often hear some of these prosperity preachers refer to it as sowing your seed. The implication is pretty obvious to anyone who is watching. No, you give us some of your money and in return that value will be given back to you in some way, shape or form. It's the harvest. I want you to go to the farm or online and sow a seed. Now remember, somebody's son is gonna be set free from alcohol because of your thousand dollar seed. And I'm going to ask you to sow an exceptional and uncommon seed of one thousand dollars. Click on that donation button. Just sow one thousand one hundred forty four dollars. So God is giving you the harvest and the harvest of the seed you sow. You can't expect a harvest if you don't sow seed. Spiritual, physical or financial. It's surreal and it generates a lot of money. On January the 12th of 2008, Kenneth Copeland Ministries took possession of a Gulfstream jet which was funded all thanks to the donors of his church. In fact, KCM wrote a blog post thanking their followers for helping them quote harvest the Gulfstream. But our work is not done. To which the blog then proceeds to remind their followers that they still need 17 million more dollars which will be used for the quote sewing towards the construction of a new hangar, upgrading the existing runway and purchasing special Gulfstream maintenance equipment. Or how about critical... Weil, wenn er wenigstens sagen würde, dieses, diesen Flughafen und alles was ich baue und diese Flugzeuge, die baue ich dafür, damit alle Menschen kostenlos fliegen können oder viel günstiger fliegen können als Commercial, dann würde ich es ja irgendwo verstehen. Aber nein, es ist alles für die, für den und privat. If I flew Commercial, I'd have to stop 65% of what I'm doing. Conveniently, that message obviously allows them to make even more in donations. But these preachers, they don't just live lavish, right? They, they put it on full display. You think Jesus Christ would roll around in Rolls Royce? Uh, I think he would have. Let's get a close-up of Gloria's Ring. Where am I looking? Right here. You fly on a private plane? Yes, I do. You're staying right now in one of the fanciest hotels in the world. Wie ist Jesus nach Jerusalem eingewandert? Auf das kleinste, was er empfohlen, das ist, das gefunden wurde. Man, you wear nice, very nice clothing. So, Money, money, come on, come on, come on, come on, come on, come on, the wealth of these preachers, they're not seen as gross or hypocritical. In fact, they're seen as proof that the teachings work. It's seen as them actually practicing, what they preach, the extravagant lifestyle. That's not a mistake or a flaw. It's a feature of the prosperity gospel. Many of these preachers will say that the funds that they received are used only for ministry purposes. Othin, for example, says that he doesn't receive any salary from his ministry and all the money he makes comes from his book sales. Look, in some ways, I don't really care if a ministry wants to buy a private jet. It looks optically hypocritical, but I'd rather let theologians argue over the contradictions that those actions have with actual religious texts. I'm more interested in how the money is generated and it doesn't get more unethical of a promise than it does with the prosperity gospel. If you're accustomed of giving $10, go to $20. Go up to $70, $80, $100. Raise that amount and watch what God will do. Don't you stop sowing offerings. Well, they won't let us go to church. Well, email it in there. Text and give or something. You get that tithe in that church. You get that offering in that church and then you go home and you do what we're supposed to do. This idea is no different than the law of attraction and manifestation circles that claim that you can use your mind to manifest any desire that you want. In fact, it's been argued that the prosperity theology does have similar roots to the New Thought philosophy that became popular in America in the 19th century. When I look at Osteen, for example, I don't necessarily see a preacher. I see someone who's more akin into a self-help motivational speaker that uses God as a proxy. I am confident. I am confident. I am secure. I am secure. I am talented. I am talented. Take a look, for example, at Osteen's New York Times bestseller book, Your Best Life Now, which is filled with all of these kinds of ideas. So here's a quote from the very first chapter, enlarging your vision. It's not God's lack of resources or your lack of talent that prevents you from prospering. Your own wrong thinking can keep you from God's best. And the book is riddled with these similar messages of becoming what you believe and the power of your words. It's a book like many others in the self-help genre. The connection is really that hard to see. But it's this sowing your seed message in the prosperity theology, the idea that you can donate to a church and in return you can, you know, pay off your rent, pay off your credit card. Das ist das große Problem an Christen oder Menschen, die sagen, die sind Christen, aber nicht wirklich Jesus nachfolgen. Also nie wirklich die Bibel studieren, einfach nur das annehmen, was da vorne gesagt wird. und das ist auch das Problem, warum auch Christen oft kritisiert werden, ist, weil sie Heuchlerichter sind. Also sie sagen ja, sie sind Christ, aber leben gar nicht so, wie es in der Bibel steht. Und deshalb gibt es so viele Motivationssprecher, die sind gute Sprecher, so Joel Osteen, die können gut reden, aber es hat nichts mit der Bibel zu tun. Nur weil sie Gott und Jesus da mal reinpacken, heißt es ja nicht, dass das das ist, was in der Bibel steht. Und das kannst du ja natürlich nur wissen, wenn du selber mal gelesen hast. Das ist besonders Summer-chirnding. Und das ist ein Message, das ist being exported von Amerika zu Europa und Afrika. So, ein von Nigeria des Wealthiest pastors ist David Oyedepo, die ist zu beendet $150,000,000. Do they know what they're doing? A big part of me believes that Copeland and Dollar truly believe their intentions are good. Even for hundreds of millions of dollars, I can't imagine someone knowingly deceiving and hurt other people without just driving themselves insane in the long run. That type of cognitive dissonance just seems too much to bear. But at the end of the day, I'm never gonna know what their intentions are. I can only ever see what the consequences of their actions are. And trust me, you haven't seen the worst of it yet. Benny Hinn. Hinn is probably most well known for what he calls his miracle crusades. Hinn claims to be able to perform miracles. He'll bring people to the stage with all sorts of illnesses and then with the touch of his hand, they will feel God's power running through them as they fall back and these catchers will catch them as they fall. You had Parkinson's for 15 years. Oh, thanks for that honor. Who are you? People in the audience will cheer. There are others who are stood there in awe with their hands raised in worship. And Benny Hinn isn't the only one that does this, right? This is a really common practice amongst the prosperity gospel circles. Glory to God. You're not bound to this chair. The day will come you'll walk out of it. In the name of Jesus. What is it that we're really seeing here? Is this an actual miracle? I would know that there were certain things that were completely deceptive. Kosti Hinn is the nephew of Benny Hinn and he's worked with his family, sometimes as a catcher himself. In 2017, Kosti Hinn came forward with a testimony of his time spent in Benny Hinn's ministry. The responsibility is to look really good, look really blessed, sell the narrative, make all the money, and say look at my life. If you give to this, if you follow it, if you obey it, and if you do what I say, God will do it for you too. He described the lifestyle that he had whilst working with his family. We lived in a 10,000 square foot mansion guarded by a private gate, drove two Mercedes-Benz vehicles, vacationed in exotic destinations, and shopped at the most expensive stores. Kosti Hinn really believed in what he But he only had doubts when he started finding contradictions in what he was teaching and what he was finding in the Bible. Grace. Es gibt hunderte Videos über Benny Hinn und Kosti Hinn halt, der das sozusagen alles offenbart hat. Und ich finde es so traurig, heutzutage Leute zu hören, also Christen in der Gemeinde zu hören, die sagen, ja, ich folge, oder dieser Joel Osteen, der ist voll gut, Benny Hinn ist voll gut. Ich will keinen anderen Namen nennen, die er jetzt nicht genannt hat. Aber weil sie noch nie, weil sie nur diese Predigt da hören und sagen, oh, hört sich voll gut an, aber nie die Kontroverse hinter dieser Person sehen und da mit dieser Kontroverse eigentlich alles zunichte machen, was die predigen, weil wir in Timotheus ja auch lesen, so, was soll ein Prediger sein? Ist das in Timotheus wie auch immer? Was ein Prediger sein soll und wie er sein soll? und die haben alle keinen guten Ruf, aber wenn du einfach nur hörst und dein Gehirn ausmachst, was du natürlich nicht machen solltest, dann glaubst du, was die glauben. Aber es gibt so viele Videos darüber, über was für Fake-Heilungen er da verbreitet und wie viele weitere Prediger da rausgehen und heilen und sagen, ja, guck mal, jetzt habe ich deinen Fuß gerade gemacht, ohne irgendwo mal das Evangelium weiterzugeben. Wie auch immer. Sprula war acht Jahre alt, als sie auf einem Episode des CBCs »The Fifth Estate« in 2005, ein Episode, das spezifisch investigierte Hins Ministerie. Wenn du ein Miracle haben, was willst du heute? Ich will nicht. Gehen. Ist das, was du willst, Grace? Gehen? Ich will nur gehen. Grace's mother brings her daughter to one of Hins Miracle Crusades and just as she's about to go to the stage she's intercepted by what are called Screeners who tell her to step aside. According to that documentary and an Insider the job of the Screeners is to screen out the people that are severely sick and ill. There's the story of Justin Peters who is an evangelist himself and was born with cerebral palsy. During the Fifth Estates investigation into Hins Ministry they attempt to get Peters to go on stage as well and just like Grace he is also intercepted by the Screeners Our hidden camera shows Justin being stopped by a Screener Watch as Henry Hins whispers something to her Then Justin is told to step aside In another documentary from 2001 HBO were given full access to Hins events and were even allowed to follow several cases of supposed miracle healings These are people that actually managed to get onto the stage and claim they been healed In one instance the crew follows a boy called Ashneel and his parents as they are desperate to have their child healed by one of his miracles We're expecting America The Prakash family are recent immigrants to America Ten year old Ashneel is their younger son Two massive brain tumors have reduced him to a vegetative state We believe in God we have faith and there's nothing impossible for God Later in the documentary Ashneel's parents actually attend the crusade and they're brought on stage to have their child healed by Hinn himself Hinn gets the crowd to raise their hands and then he places his hands on Ashneel's face and says Expect the miracle Dear Jesus The Lord's gonna touch you young boy days after the event and Ashneel's still healed it didn't happen I was not even discouraged I know it's God's plan you know I can stake my life on pastor Benny Hinn's words and God spoke to me last night at the Colosseum center where the crusade was going on and he said donate him another $2,000 and which and that heil heilen and that it manche gibt die so die richtige Gabe haben Menschen zu heilen aber sie würden niemals daraus gehen und sagen hey ich heile dich weil ich es möchte sondern wenn es so ein Wunder geben soll dann ist es immer von Gott gerichtet es gibt Storys wo Menschen geheilt sind aber nicht jeder muss geheilt werden es für jemand der nicht an das ewige Leben glaubt ist es natürlich schwierig weil dieses Leben ist ja das beste was passieren kann und das einzige was passieren kann und wenn man hier stirbt ist es so schlimm wir als Christen wir glauben ja nicht daran dass das das Ende ist also ja klar ist es schade wenn jemand krank wird und jemand stirbt und wir dürfen trauern und wir dürfen ja einfach wir dürfen darum trauern und wir dürfen auch dafür kämpfen dass jemand wieder gesund wird aber es muss nicht sein also hart wie es ist es muss nicht sein dass diese Person geheilt wird klar verstehen wir manchmal nicht wieso jemand krank sein muss wieso jemand sterben muss also früh sterben muss aber Gott hat einen größeren Plan und das müssen wir einfach akzeptieren später wenn wir alle im Himmel sein werden dann können wir ja fragen warum ist er früher in Himmel gekommen und ich muss hier noch so lange auf der Erde sein aber wir dürfen ja fragen wir dürfen auch hier schon fragen und Gott wird uns Antwort geben früher oder später aber zu sagen dass jeder der dahin geht geheilt werden kann wie gesagt wir sehen es gibt ganz viele Videos von Benny hin wo er einfach wo es diese Menschen gibt die sagen der darf nicht auf die Bühne und der schon und da ist meistens die Person die dürfen auf die Bühne die halt eigentlich schon geheilt sind und dann geheilt die geol mountain church right it's called miracles on a mountain it's another miracle healing service and in this instance it was hosted by this evangelist called Billy Burke and at one point someone is brought out from the crowd and I thought hang on I recognize this guy it was Big Nick who for those of you that don't know was an ex member of the popular social media group the vlog squad which is headed by David Dobrik at the event Nick tells Billy Burke about his blind eye I'm blind in my left eye as well I know that you told me that Billy then attempts to cure his eye after all the theatrics Billy then starts to wiggle his finger around and then nothing yet and Billy hears that and he continues like trying to help him and then when he realizes it doesn't work he then just before you go to bed you ready I was blind and now I see and the crowd cheers it's like it's like the miracle actually happened it's been about seven months since that event took place and I've looked through Big Nick social media account and there's no indication that his eye has healed since the event so again what are we witnessing when we see things like this if we believe that these people aren't just actors which I really don't think that they are what is actually happening consider this if what we're seeing is really a miracle why don't these people go to hospitals and heal people there why do they need the lights and the atmosphere and the theatrics to be able to do what they do in 2011 Derren Brown ran this TV special program called Miracles for sale in this special behind the program was to expose the fact that what is happening here are not miracles but it's just a product of psychology the power of suggestion and misdirection now some aspects of faith healing are just pure trickery a good example of this is the infamous leg growing trick the preacher Todd White is well known for walking around the streets and finding individuals who supposedly have one leg that is exact trick because it's miracle the leg growing trick is infamous used by charlatans throughout history in fact a quick google or youtube search will also das habe ich eben gesagt das ist so ein quatsch weißt und Leute ich habe auch Leute schon gesehen also live gesehen die versucht haben das nachzumachen und ich so was willst du mir zeigen aber das Ding ist dass sie ja wahrscheinlich nicht denken dass sie glauben ja daran dass das die wahrheit ist aber es ist so ein quatsch und also vielleicht ist jemand der hat ein kürzeren bein oder wir alle haben kürzere beine aber dieses naja ich das ist so viel quatsch da draußen und dann halt den namen gottes dafür zu verwenden ist einfach unglaublich wie den several ways one which involves shifting the other person's shoes to make it seem as though a leg is being grown if you speed up the Todd white clip of him performing this miracle and you just play it back and forth you can literally see what Todd white is doing but a big part of faith healing isn't just tricks like this in fact a lot of it is rooted to understand how Nathan who is an ordinary guy versus Benny Hinn who claims to be able to perform miracles can do what they're doing you have to understand the power behind what they're creating in their shows from the very moment it begins you're joined by a crowd of people united by a cause or belief there are those in the crowd who feel as though something is in their lives when they're brought together there is a sense of oneness of wholeness and unity just think about how powerful crowds can be and what it's like to be in one especially when you're all joined by a united cause you're then brought into this hypnotic or more specifically a suggestible and open state he wants to heal you because he loves you 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 don't have to pay for just ask for it the music rises and falls stirring a wave of experiences and emotions amongst the crowd then you begin to create the expectancy for what is about to come all things are possible to him that believeth you keep the crowd in this heightened aroused state of mind and as the crowd is ripened for suggestibility the faith healer acts almost like a conductor for the orchestra of experiences that people are going through a leader amongst a crowd of people in a hypnotic trance-like state is something that you cannot underestimate the psychological effect of then the healer begins preaching their message but don't look for the healing look for the healer whatsoever you shall ask that will I do the crowd is full of ecstasy the joy in the audience is a deep feeling as though you're becoming a new person you're connecting with that of which is above you you expect that when the preacher lays their hand on you or shouts you feel God's touch with it you've been suggested and primed to believe that that is the case and in being so connected to the crowd around you the effects of social conformity are bound to take place in this trance-like state you go along with what the preacher suggestions are you do what you are expected to do it's no different to what a stage hypnotist does you know the more suggestible you are the more belief you have the easier it becomes and what's even more interesting is that in this heightened state of emotions of euphoria of adrenaline I think it's super interesting also yeah I believe that there is super much love Und deshalb kritisiere ich auch viele große Gemeinden, die so viel sich darauf konzentrieren, dass die Lichter gut sind, dass die Musik gut ist, dass die Stimmung gut ist. Klar, ich verstehe, das gehört alles dazu, um richtig in die Anbetung zu kommen, aber du verlierst da an diesem Punkt die Menschen, die noch nicht wirklich mit Jesus unterwegs sind und die einfach nur von der Emotion geleitet werden. Zum Beispiel in Jugendkonferenzen, also wenn hunderte, ich weiß nicht wie viele Menschen da sind, Jugendliche und Lobpreis hören und einfach die Emotionen, einfach richtig starke Emotionen bekommen und dann wird aufgerufen, kommt nach vorne, wenn ihr euer Leben Jesus geben wollt und voll viele gehen nach vorne. Das ist so viel Emotionen, da sind ein paar vielleicht, die wirklich ihr Herz Jesus gegeben haben, aber es ist so viel Emotionen und deshalb muss man da voll aufpassen, wo ist einfach nur, ich versuche auf die Emotionen zu bauen und wo ist wirklich die Wahrheit. Und ich finde es so witzig, dass Leute, also Christen zu Mentalisten oder wie man die nennt, also die halt auch so wissen, was du denkst und so halt ihre Tricks haben, wo auch viel Psychologie ist, die sagen, ja, das ist dämonisch. Aber genau dasselbe passiert in vielen riesen Gemeinden, Megachurches, wo auch einfach nur Emotionen und Psychologie und sowas angewendet wird, um die Menschen zu irgendeinem Tun, irgendein Handeln zu bringen. Und das sagen die nicht, ja, das ist nicht dämonisch, das ist dann der Heilige Geist, wo ich sage, nein, das ist, das ist nicht. Vielleicht ist da einer oder ein paar Leute, die wirklich zu Jesus kommen, aber viele sind einfach nur von den Emotionen geleitet. Das ist sehr möglich, zu fühlen die Symptome, die sich alle verletzten, die sich in eine Schwerf zu momentan fühlen, zu momentan beurteilen, zu momentan werden, zu momentan werden und zu momentan beurteilen. Aber was wir wirklich zu sehen, ist einfach nur ein Moment über Bedeutung. Die Placebo-Effekt ist ein well-known Phänomen. Es ist wenn ein Patient's condition verändert, dass ein Patient ein Verletzter, das bei no means, sollte sich verletzteren ändern ändern. For example, wenn eine Patientin expects eine Pille zu tun, und ist von einem Doktor, dass es helfen kann, eben wenn sie einfach nur ein Zuckerpill, das nicht tun tun, ist es möglich für Ihre eigene Chemie zu machen. The key word here is expect, because a placebo effect is mostly theorized to be caused by our expectations around a given treatment. Expectations that we derive from culture and society. That's why a placebo that is given as an injection rather than a pill can be more effective. Or when you're given two placebo pills to take every day rather than one, it can also be more effective. Because culturally, we perceive the latter of these treatments to have a bigger effect on us. That belief and expectancy can be so powerful as to have physiological effects on our body. And what more powerful expectation can somebody have than one that invokes their very own belief in a higher spiritual being like God, surrounded by others who share that very belief? What we are seeing is a placebo. This is why you'll never see any miracle healer or somebody that believes in the law of attraction be able to do anything that is beyond a placebo. It's why you'll never see them be able to restore the limb of an amputee. And as I've watched your healing crusades, am I seeing anything that goes beyond placebo? The problem is, however, that those who attend the event and whose problems and illnesses are not healed at the event or return after the event start to blame themselves that for some reason God didn't want to heal them, that they didn't have enough faith. Remember Ash Neal from the HBO documentary? Seven weeks after attending Hin's miracle crusade, he passed away. Do you feel in any way that Benny Hin has let you down? No, no. Did you ever in some of your worst moments think that you must have done something wrong in the eyes of God to deserve this? Yes. I know there is a generational curse. Maybe it originated from me or from my parents because that curse lasts for three or four generations. Who taught you that? I hate you. That is also a verse that I've heard in churches often, which is the plague of generations. But if you study that subject, you know that it doesn't exist and doesn't exist. It doesn't exist in the Bible at all. It's a complete scam. It's utter deception. Increase your faith. Increase your seed and store up for the future so that when these tragedies hit on earth, you will be spared. It is a deception to a degree that I don't think I've seen before. And you have to sit there and look at this all and wonder, surely there's justice to this story, right? Surely somebody takes the fall. Surely there's a happy ending to it. Surely. In September of 2019, Benny Hinn comes out with quite the astonishing announcement. And I'm sorry to say that prosperity has gone a little crazy. I think it's an offence to the Lord. It's an offence to say, give a thousand dollars. I think it's offence to the Holy Spirit to place a price on the gospel. I'm done with it. Benny Hinn had decided to leave the prosperity gospel. Hallelujah. Right? One of the best lessons that I could give to people is say, watch what they go back to. Watch what they give up and watch what they go back to. Okay. So it's time to give to the Lord's work. It's time to sow seed in the Lord's work. So God can bless you and reward you. It's time to give to the Lord's work because giving guarantees our financial protection. The problem is, once you've generated the type of following and business and reputation that Hinn has, changing your ways becomes almost impossible. And more so because I genuinely believe that most of these prosperity preachers, they're not intentionally malicious. They've deceived themselves. Even till today, I question, is this God or is this just me? The reality is that most of the preachers that we've mentioned in this video are continuing their operations today. And when they pass, there's going to be a wave of new prosperity preachers ready to take their place. The message is an easy one to spread. It promises you health, wealth and happiness. It makes you feel good. And what's not to love about that? Right? Look at the comment section below and you're probably not going to be hard pressed to find someone defending Hinn or Copeland or the prosperity theology overall. You'll probably find people claiming that they have seen miracles happen or that by sowing their seed, prosperity really was given to them. And I'm not delivering any new message here. Prosperity theology receives a lot of criticism inside of Christianity and outside. You know you're a piece of s***, right? You know, right? They'll still get away with their teachings because their message isn't for people who are cynical. It's really difficult to stop their more deceptive actions. The only thing you can do is go to those that believe in it and steer them away. And until that happens, the booming business of prosperity theology and faith healing will continue to flourish. I don't know what you feel about the prosperity gospel, the health, wealth and prosperity gospel. But I'll tell you what I feel about it. Hatred. Mm-hmm. It is not the gospel. Mm-hmm. And it's being exported from this country to Africa and Asia. Selling a bill of goods to the poorest of the poor. Believe this message. Your pigs won't die. Your wife won't have miscarriages. You have rings on your fingers and coats on your back. That's coming out of America. The people that ought to be giving our money and our color. John Piper is just one of the many preachers and ministries that actively try and combat the prosperity gospel. And although Texas is home to some of the biggest megachurches, it's also home to the Trinity Foundation, the leading watchdog ministry founded by Ole Anthony that carries out investigations into some of the conducts of the biggest televangelists. It was Ole Anthony, founder of the East Dallas Homeless Ministry, Trinity Foundation, who masterminded the investigation and helped expose some of the top televangelists in the country. You know, faith and religion are powerful things. Seeing the sense of hope that it can fill a person with. Or the community and the purpose that it can inspire towards good causes. And I don't think anyone can look at those things on their own and say they're bad. A few months ago, I had burnt out from working. And when that happened, I felt very cynical about everything that I was doing. You know, what was the point? And what helped was having a sense of hope that those feelings would come to pass. And finding purpose in what I was doing. And spending time with my friends and family. Hope, purpose and community. Yeah, I find, ähm, das Video gut. Also, er hat jetzt noch seine letzten Worte. Ähm, aber das Hauptthema haben wir ja hinter uns. Ähm, ja, ich, ich würd zu fast, also, keine Ahnung, ob jetzt alles, aber ich würd fast 100% zu dem, äh, dem zustimmen, was er alles gesagt hat. Ähm, das ist so viel, so viel. Ehelehrer da draußen. Und deshalb, und diese Ehelehrer, die verbreitet sich so groß. Und es ist so viel Fernsehen, so viel Internet. Und diese Menschen werden gesehen. Und nicht die wahren Lehrer, die wahren, äh, ähm, die, die, die wahre Botschaft rausgeben. Und deshalb finde ich, äh, und deshalb werden Christen ja auch so, so falsch verstanden, weil sie dann zu jemandem gehen oder sagen, guck Benni hin, der große Prediger, der hat tausende, äh, äh, Besucher jede Woche. Äh, der muss doch die Wahrheit sagen, weil sonst wär ja nicht so viele da. Und der hat das und das und das und das gesagt. Ja, aber der ist ja auch ein Lügner. Er erzählt nur Quatsch. Wenn wir das Wort lesen, dann steht da was ganz anderes. Und ich, ich mag, ich würde auch gern mal so ein Video machen über genau welche Prediger ich nicht, ähm, empfehlen würde. Und, ähm, aber ich versuche mich eigentlich darauf zu konzentrieren, die frohe Botschaft weiterzugeben, wichtige Sachen weiterzugeben. Aber falls ihr einen Wunsch habt, dass ich mal wirklich die Leute rauspicke, die ich nicht empfehlen würde, dann schreibt es mir unten in die Kommentare, dann mache ich ein Video darüber. Und ich versuche natürlich fair zu bleiben, ähm, und wirklich die Sachen zu zeigen, die einfach falsch gelehrt werden. Aber ich habe schon mal so eine Art Video gemacht über das Prosterity Gospel, über die Wohlstandsevangelium. Äh, Link ist auch unten in der Beschreibung. Und, ja, das war's für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie ein bisschen helfen. Und das Video, äh, auch das Video von diesem Video, falls ihr euch das mal ohne, äh, meine Kommentare anschauen wollt, ist auch unten in der Beschreibung. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Core here, ihr da. Alles klar. Bis dahin. Bis dahin.